hallo freunde willkommen zurück auf der nf match map 1.2 vom lieben fett action der ja auch der herausgeber der wunderbaren nordfriesisch marsch map ist so jetzt habe ich mich auch mal in dieses ja weiß ich nicht das ist einfach unkommentiert viel spaß auf jeden fall beim zugucken beim duel vom friesen jung gegen experience das bin ich und ja ich würde einfach sagen wir verlieren nicht allzu viel zeit und machen direkt weiter was meinst du ja für dich aussagen nicht zeit ist kostbar zeit ist geld also in diesem sinn bis gleich bis denn tschüss ja ihr hört es wir haben keine zeit zu verlieren wir sind ein bisschen im stress und hoffen dass es möglich ist möglichst bald die brücke wieder aufgehen damit wir dann auch ja weiter richtung ziel fahren können zeit ist kostbar ja los jetzt wird fällig power hat sich jetzt beim ausgedreht ja 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 N-Series steckt im Verkehr fest. Das ist nicht meiner. Bin ich mir recht sicher. Ich habe kein N-Series. Ja, der steht dir natürlich doof vor. Ja, ich habe kein N-Series. Ja, ich habe kein N-Series. Ich habe kein N-Series. Achso, ach, ich vergesse das immer mit dem Abladen. Mann, Mann, Mann. Kostet doch alles Zeit. Gibt es nicht. So, weiter. Na ja, jetzt ist ja auch, ich sag jetzt mal, ein Ende zu sehen. Auf diesem Feld zumindest. Mit dem automatisch hat er nicht so funktioniert. Wie ich das gerne gehabt hätte. So. Ja, wir sind nur noch. Vier Beilen oder so, wie das aussieht. Auf diesem Feld. Das wäre ja cool. Kann eigentlich auch nicht meiner sein. Bei meinem 1455XL fährt nämlich gerade gar nicht. Kann mir sein, dass der gleich in Graben fährt. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, God. Oh. Oh, wow. Oh, man. Pass-Track hat die Aufgabe erledigt. Untertitelung des ZDF, 2020 August hat die Aufgabe erledigt, das ist nicht meine. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, da liegt auch noch einer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann wollen wir mal... Immer gerne wissen, wie viel Gerste ich denn jetzt überhaupt schon im Silo habe... Das geht, das ist schön... Und der... Genau... War vielleicht mal... Oder hat nicht richtig gefressen... ... 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 Die Linie ist jetzt 44. Mann. So. 6 Uhr mein Freund, ne? Danke. 44 und 19. 44 und 19 sind wieviel? Das sind 63. Das sind 63, das heißt 67 brauche ich noch. 63, 62 brauche ich noch. 15. 45, 45 und 15, 20. 45 und 15. 46, 45 und 16. 46, 45 und 15. 46, 47, 46, 47, 48, 48. 45, 48, 48. 62 Weizen und Hafer macht er. Was könnte ich denn da mal machen? Ach, die sind noch gar nicht voll. Shit. Das muss natürlich erstmal erledigt werden. Papst ist zwar nicht sehr ertragreich. Aber irgendjemand muss es ja machen. Wobei Roggen könnte noch. Nur Roggen hier drin, Roggen. Ohne ist sehr ertragreich, soviel ich weiß. Oh Quatsch. Ich habe Felt 15. Ich bin da. Ich habe Felt 15. Ich habe Felt 15. Ich habe Felt 15. bis ich endlich wieder über die Brücke kann. Ja, das reicht nicht mehr in diese Aufgabe rein. Schade. Schade, schade, schade. Aber nix ja nix. Zack. Ich habe noch mal abgeworfen. Das könnte mächtig in die Hose gehen. Können wir mal eben schnell zusehen. Also die Ballen hier eben in die Ecke schieben. Darwisch! Da. 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 Okay. Toi, toi, toi. Ich will nicht den Tag vom Arm loben. Aber... Das läuft automatisch. So, eben einmal beobachten und dann komme ich mich um die nächsten Aufgaben. Mal gucken, ob das jetzt besser passt. Okay. 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 Nein, 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 nein. Okay. 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 Ich musste gerade mal verschieben, sorry. Ja, mach. Mach nix. So, jetzt brauchen wir noch 40, 40 Ballen werden das doch noch sein, die hier liegen, jo, locker, locker. Dann holen wir eben den einen Ballen da weg. Hier von diesem Feld. Im Prinzip kann ich ja hier in diesem Match ununterbrochen erst mal Silage machen, damit ich hier immer Kohle habe oder Ziele erreichen. Okay. 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 Was man nicht, genau. So. Und da? Diey. Dann ist ja hier lebt. ob das jetzt reicht mit dem follow me mod oh kling kling zeit ist schon wieder um kling kling verrückt ja ist wahnsinn ja gut liebe leute dann würde ich einfach ganz gerne an dieser stelle die folge für beendet erklären und wünsche euch noch einen schönen tag danke fürs einschalten macht es gut